Trainingsauftakt auf Schalke und alle wollten wissen, was ist mit Adam Saleh? Fangen wir mit anderen Namen an, oder? Ist vielleicht besser. Gewinne ich Zeit. Moment, was heißt hier Zeit gewinnen? Gibt es denn noch nichts zu berichten? Ja, ist immer noch zu früh. Fragen Sie mich noch mal fünf Minuten später. Okay, wir machen jetzt Pause und warten ab. Und jetzt? Sie haben jetzt mehrfach auf Ihr Handy geschaut, während Sie mit der Presse gesprochen haben. Rechnen also minütlich mit der endgültigen Klärung im Fall Schalke? Ich glaube, dass wir heute eine klare Richtung bekommen und hoffe auch, dass wir im Laufe des Tages endgültig das abschließen können. Aber es bleibt dabei, es ist noch nicht durch. Wir sind, wie gesagt, einen großen Schritt weiter. Und das muss man aber dann jetzt noch mal abwarten. Doch dann kam der Anruf und Horst Held hatte gute Nachrichten. Können wir doch mal anfangen. Erst kam der Anruf, dann die Sonne raus. Was gibt's Neues? Ja, also ich kann vermelden, dass Adam Cialai gerade beim Medizincheck ist. Wir haben jetzt Einigung erzielt mit Mainz 05. Wir tauschen die Verträge aus, wir prüfen die und ich hoffe und gehe davon aus, dass wir heute auch die jeweiligen Unterschriften untersetzen. Wir müssen noch den Medizincheck abwarten, wie gesagt, und dann die Verträge prüfen und ich denke, dass Adam heute Nachmittag separat dann schon mal trainieren kann, weil die Mannschaft heute nur einmal trainiert und dann halt zu verschiedenen ärztlichen Untersuchungen muss. Und deswegen wird er nicht mehr mit der Mannschaft trainieren können, aber er kann dann morgen, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, vollständig mit der Mannschaft trainieren. Er ist noch recht jung, das bedeutet, es passt genau in unser Profil. Dazu kommt, dass er halt einfach einen sauberen Charakter hat, er hat eine außerordentlich gute Mentalität, er ist gierig, er ist bissig, er will was erreichen, er hat eine gute Quote im letzten Jahr gehabt und in den Jahren davor halt auch. Er ist ein Stoßstürmer. Wir haben erlebt mit Klaas Jan, als er verletzt gewesen ist, sieben, acht Spiele lang, dass wir das nicht adäquat ersetzen konnten. Allerdings tanzen wir auf mehreren Hochzeiten und wollen in jedem Wettbewerb so weit wie möglich kommen und uns so gut wie möglich präsentieren und von daher brauchen wir halt auch in der Breite gute Qualität. Wir müssen sicherlich dazu kommen, dass wir halt mehr rotieren können und durch diese Verpflichtung denken wir, dass wir halt auch in der Lage dazu sind, zumindest was die zentrale Position angeht. Wir dürfen die anderen Stürmer nicht vergessen, auch das ist möglich mit Timo Pucki, der zu jedem von den beiden passt und Philipp Hoffmann, den wir auch unter Vertrag haben, sind wir halt auf dieser vorderen Position jetzt, denke ich, ganz gut besetzt. Richtig Qualität dazu bekommen, wie man ihn in den letzten Jahren gesehen hat, was er für Leistungen abgerufen hat, von dem her sind wir sehr, sehr froh, dass er bei uns ist. Und das sind die gierigen Augen, von denen Horst Held gesprochen hat, die von Adam Sallei. Mit dem Gepäck die schöne Geschichte, dass er gegen Dortmund sein erstes Bundesliga-Tor zum 1-0-Sieg geschossen hat und jede Menge Allrounder-Qualitäten. Dass beide zusammenspielen können, Hüntelah und Schorleu, ist eher unwahrscheinlich, weil sie sich zu ähnlich sind? Nein, ist nicht unwahrscheinlich, kann auch funktionieren. Beide haben natürlich ihre Stärken in der Zentralen, das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz hat Adam in Mainz sogar schon mal über Außen gespielt. Er hat als Hängelspitze gespielt, der ist also überhaupt kein Problem, sowohl für Klaas Jan als auch für Adam zusammen zu spielen. Und so was dann der Trainer tendieren wird, das werden wir im Laufe der Vorbereitung sehen. Okay, das haben wir schon einmal geklärt, also kann es jetzt endlich losgehen. Und es heißt Trainingsauftakt auf Schalke. Natürlich mit alten Bekannten, aber auch neuen Gesichtern. Guten Morgen, Philippe Santana. Morgen, morgen, morgen. Der Verteidiger ist da, Adam Sallei auch. Wie sieht es denn mit den anderen Spekulationen und Vertragsverhandlungen aus? Gibt es da Vollzugsmeldungen? Ich bin froh, dass wir das ein oder andere schon abgearbeitet haben mit Christian Clemens. Ein Spieler verpflichtet haben, der jetzt noch im Urlaub ist, weil er bei der U21 ist. Philippe Santana freut uns außerordentlich, dass er seinen Weg jetzt zu uns gefunden hat. Dem stehen die Farben recht gut, muss ich sagen. Viel, viel besser. Wir sind noch in weiteren Gesprächen mit weiteren Spielern. Bei Leon Goretzka gibt es keinen neuen Stand. Es bleibt dabei, dass wir den haben wollen, dass wir ab dem 1.7. mit ihm Vertrag abgeschlossen haben. Aber es gibt leider Gottes keinen neuen Stand zu dem jetztigen Zeitpunkt. Wir büren uns auch weiterhin um Sascha Ritter. Wir sind in Gesprächen mit Fulim, aber auch da gibt es keine Entwicklung zurzeit. Und gleichzeitig haben wir José nach Moskau verkauft. Das war sicherlich für uns auch wichtig, dass wir diese Akte jetzt geschlossen haben. Und es gab eine Anfrage für Escudero bezüglich Getafe, wo er ausgeliehen war. Den haben wir aber gestern Abend auch noch abgesagt, weil wir mit dem Vorschlag nicht einverstanden sind. Und deswegen muss man aber weiter abwarten, wie sich das ein oder andere dann noch entwickelt. Und natürlich Co-Trainer Peter Herrmann. Der hat sich heute auch den Schalker Fans vorgestellt. Der 61-Jährige wird an der Seite von Assistent Sven Hübscher und vor allem Cheftrainer Jens Keller eine große Rolle spielen. Ich glaube, Peter ist sehr, sehr wichtig für uns, weil er eine Menge Erfahrung mit sich bringt. Er hat im letzten Jahr gezeigt, wie man einen Titel einfahren kann. Es geht nicht darum, dass wir ihn vielleicht nur um den Titel wägen, aber er hat einfach eine große Erfahrung. Er hat eine außerordentlich gute Mentalität. Er weiß, dass er Co-Trainer ist und sieht sich auch als Co-Trainer. Er sieht sich auch als Cheftrainer und trotz alledem ist er sehr aktiv. Was die Trainingsanwalt angeht, er bringt seine Meinung mit rein. Das ist alles sehr, sehr wichtig. Das brauchen wir. Jens hat seine Sache und macht seine Sache einfach sehr, sehr hervorragend. Nichtsdestotrotz ist er noch und bleibt ein junger Trainer und ein erfahrener Trainer an seiner Seite. Das ist sicherlich dann halt auch hilfreich, weil man auf der einen Seite das junge, frische, moderne hat. Auf der anderen Seite die Gelassenheit, die Ruhe, die Erfahrung und die Kombination ist sicherlich sehr interessant und hilfreich für uns. Neben der Erfahrung von Peter Herrmann kann man das vielleicht so zusammenfassen. Jupp Heynckes hat im letzten Jahr zwischen den Stars moderiert und Peter Herrmann hat den neuen Bayern-Stil trainiert. Ich war zu selten, ich war eigentlich nie beim Bayern-Training. Nur in Kantar habe ich mir das ein oder andere Training angeschaut. Und Peter ist ein sehr aktiver Co-Trainer, der nicht irgendwie nur so rumsteht, sondern der auch gerne halt im Training Anweisungen gibt. Und im Training auch seine Eindrücke mit einbringt und seine Ideen mit einbringt. Und das ist auch wichtig und gut für uns. Und ob er das gesamte Training geleitet hat oder immer nur verantwortlich gewesen ist bei Bayern, das weiß ich nicht. Aber die haben gut harmoniert und ich weiß, bin mir sicher, dass Peter mit Jens und dem übrigen Trainerteam auch hervorragend harmonieren wird. Profis wie Julian Draxler und Benedikt Törwedes, die wegen der Nationalmannschaftsreise noch ein paar Tage länger Urlaub hatten, oder Michel Bastos, der erst heute Mittag in das Training einsteigt, fehlten zum Auftakt. Dafür waren junge, gierige Nachwuchsspieler wie Philipp Max oder René Klingenburg mit im Team. Man sieht vor allem die jungen Spieler auch. Das ist ja wichtig, wie sie sich hier präsentieren, wie sie sich geben. Und von dem her sind es schon wichtige Eindrücke. Das sind Spieler für die Zukunft oder nahe Zukunft vielleicht auch, der ein oder andere. Und deshalb ist es wichtig, dass die jetzt hier die Vorbereitung bzw. auch das Trainingslager mitmachen. Der Auftakt ist gelungen. Jetzt gilt es, in den nächsten Wochen weiter hart zu arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen. Das erste wichtige Ziel ist natürlich, einen guten Start zu haben. Wir fangen mit dem Pokalspiel an. Ich glaube, dass wir gute Chancen haben, da weiterzukommen. Dann fangen wir mit dem Heimspiel an gegen den HSV. Traditionsmannschaft, da freuen wir uns drauf. Die werden sicherlich aber auch eine gute Mannschaft haben und es geht gleich in die Vollen. Dann haben wir zwei Auswärtsspiele. Kein Gegner ist leicht. Das haben wir letztes Jahr erlebt und das werden wir dieses Jahr auch wieder erleben. Wir müssen uns in dem Spiel anstrengen, dass das positiv läuft. Und dann kommt irgendwann das ganz, ganz erste große wichtige Ziel, nämlich die Qualifikationsspiele für die Champions League Gruppenphase. Da wissen wir noch nicht, gegen wen wir spielen werden. Da kommt irgendwann die Auslosung. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großes Ziel für uns, in die Gruppenphase hineinzukommen. Das wäre aus vielerlei Hinsicht sehr erfreulich und das müssen wir und wollen wir gut gestalten. Mit welchen Erwartungen gehen Sie jetzt in den nächsten Wochen? Ja, dass alle erstmal fit bleiben, dass wir ein gutes Trainingsprogramm durchziehen können. Und vor allem, dass halt die Spieler, die im Moment noch nicht da sind, dass die gesund kommen, die ganzen Länder oder die ganzen Nationalspieler. Und dass wir dann ab 08.07. so richtig voll einsteigen können. Und da freue ich mich einfach, dass wir jetzt eine gewisse Zeit haben, auch zu trainieren. Das haben wir im Winter nicht. Es bleibt festzuhalten. Adam Salai ist da, Felipe Santana sieht gut aus in Blau und Weiß. Und der Grundstein für eine gute Schalker Saison wird auch gelegt.